so leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es um die um den karriere modus auch wie fast 16 hat ja geschrieben dass bis heute um 9 uhr die ja stimmen dürfte und leider es haben es haben ein fc bei münchen hat eine schwimme bekommt das ist auf augen dann ingerstadt mit zwei schwimmen der rest hat nur stimmen gehabt ja das thema ingerstadt mit denen starten wir jetzt in die erste fußabrundes ihren autisportpark passt alles der trainer ist natürlich markus die kleine in die kleine impfung wert auch spiel simulieren ja also wir werden alle spielen die echten transvers da kommen wir uns die saison halbe gemacht ist in deutsch und tragen einen jogginganzug das frauen sind schmächtig ja so kann ich mir meine anderen karrieren in der stadt 0 4 ja glückwunsch markus karsinski das ist ein beratungszenier wo man geld bekommt da haben wir einmal die europäne international cup mit 5,3 millionen so wir sind in der gruppe mit franzinonen clubbrücke und paris so wir sind in der gruppe mit franzinonen clubbrücke und paris erst mal erst mal schauen wir mal gegen wen beim ersten spiel sind außer zimmer eins und dann bei einem gegen dort mit stark vertragsverlängerung vertragsverlängerung beim fc in deutschstadt so 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 damit auch nichts ausläuft damit auch nichts ausläuft so 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 das jetzt geht man die mannschaft weil leib hat möchte ich in der aufstellung drin haben auch hat ja auch gerne ja ja tag verlängerung schon mal viel mich alles an kassiers fragen klar was geht es erstmal war der mensch verkaufen da ist jetzt bei rostock ja sie dürfen ja was fragen hallo chef ich hoffe sie rote ihn mal ein bisschen und gib mir ein wenig spielzeit ich hätte dich eigentlich ganz gern dabei mal du nicht so gut bist aber verbrecherie kann ich dich schon ersetzen ja kampfers hätte gerne ein spieler vom freibug jetzt mal mutig wir geben dem hat 3 millionen dahin bitte auch mir mal 5 millionen günter und Es geht Brücke. 1-0 verloren und Leib hat es verletzt, Lars kommt weiter, wenn man mal ein Spieler spielen lässt, der nicht so gut wird. Wie lange ist Leib, hast du jetzt verletzt? Alltag. Okay. 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 Ja. Das war aber gleich mal mit Billy. Einer ist auch alt, wird bei Freiburg eigentlich nicht gespielt. Oh ne, Darmstadt ist mit dem Gespräch. Wie geht's sonst? Siehst du den Darmstadt dann? Oh, 3-0 geworden? Ja. Der hat sich leider verletzt. Ui. Ähm. August Suttner. Es fällt 6 Tage aus. Was den Junge hat, du ne meinsetzt, der ist mir so riskant. Ich mein, wir bieten ja wieder Darmstadt, das ist auch. Warwärtsch. Nee, da wird schon ein bisschen hochgehen. Okay, nehmt an. Wenn möglich haben wir bald noch einen Strömmer. Oh nein, wir sind Darmstadt an. Nein, 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 nein. Geh auf. Geh die. Wechselt zu uns. Ja, komm dann mal die Hufnagel auch noch. Geh die. Heute um retain alsudkorb. Bei uns. Trei Jahre und Zeit. ich brauche sie ja mein garm gütte Ja, dann verabschiede ich mich von euch für das erste Videomesser gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt spielerwischen in den Kommentaren, die wir uns kaufen könnten. Ja, dann sehen wir uns bald. Tschüss.